Die Wirtschaft in der Türkei droht in eine Krise zu schlittern. Die Inflation ist längst zweistellig, die türkische Lira hat gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn rund 15% an Wert verloren. Als Belastungsfaktor nannten Marktbeobachter eine allgemeine Dollarstärke. Die mit Abstand größte Sorge der Türken ist einer Umfrage zufolge nicht mehr die Terrorbedrohung, sondern die wirtschaftliche Lage. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat der Notenbank seines Landes gedroht. Er wolle im Falle eines Sieges bei der Präsidentschaftswahl im Juni stärkeren Einfluss auf die Geldpolitik nehmen.